Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Lieferung von meinem Lieferanten, den ich heute bekommen habe. Machen wir hier mal auf. Hier sehen wir zwei schöne Tesla Semi-Packs. Original verpackt. Diese gibt es jetzt im Tutti zu kaufen. Eventuell schaue ich sie noch in das Riccardo. Und wenn ihr Mitglied seid im Tesla Owners Club in der Schweiz, dann gibt es 6% Rabatt auf so einen Lastwagen. Das sind hier die beiden Trucks. Hier ist die Folie ein wenig zerrissen. Aber die sind sonst neu. Die Schachtel sieht schon mal besser aus als beim Model 3, den ich von Tesla direkt gekauft habe. Ja, und bei diesem Preis. Es gibt nur Rabatt für Tesla Owners Club Mitglieder. Das finde ich fair für andere. Das mache ich eben nicht. Denn da gibt es wieder so Diskussionen, 120, 100 und das geht einfach nicht. Die Trucks sind nicht gratis. Die sind auch vom Lieferanten nicht gratis. Die kosten dann im dreistelligen Bereich. Die sind nicht gratis. Da müsst ihr einfach schauen. So Anfragen werden gar nicht beantwortet. Hier 120. Das hat keinen Wert. Wir sind da nicht irgendwo auf einem Bazar oder irgendwo auf einem Falschladen, wo man handeln kann, bis auf das Bluten geht. Nicht? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, oder ein Like, oder einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen.